Und damit Willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm Part 2 von Episode 1 und wir klicken jetzt mal auf Verlassen, auch wenn die Musik echt cool ist. Oh, wie cool sie auch aufhört, wenn... Ja, das kann ich manchmal nachvollziehen. Teilbuch ansehen. Schauen wir mal bei Frank, dass es da so Neues gibt. Text über Frank. Und unsere zwei gemalten Sachen. Verlorenes Einhorn als nächstes. Es ist halt gemacht als Ideen, die sie hat, die sie mal taggen könnte. Ist cool, ist cool, gefällt mir. Und wir haben die erste Location mit Sachen, die wir dort gefunden haben. Cool. Und wir haben da Seite 4 geschrieben. Moment. Die kennen wir, die kennen wir, die kennen wir. Ja, Seite 4. Oh ja, und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firewalk plus Chloe größer als Max. Max, die Verliererin. Sie schreibt eigentlich kein richtiges Tagebuch. Sie schreibt Dinge auf, die sie Max sagen würde, aber nicht... Oh, ist das cool. Ich mag das. Ich weiß jetzt schon, ich werde es mir irgendwann sowieso alles durchlesen, weil ich es voll cool finde. Und so schnell habe ich Gänsehaut. Danke. Danke, liebes Spiel. Danke. Ich hasse dich auch. Last night, seeing Firewalk live, the skivvy assholes, that girl, was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Schauen wir uns erst mal um. Das war wirklich Rachel Amber. Und sie hat mein Leben gerettet. Wie war die letzte Nacht sogar real? Einige der Leute kennen wir wirklich. Warren, Chloe, Hayden, Jones, Zachary, Trevor, Yard, Logan, Robertson, Alyssa, Anderson, Justin Williams, Elliot Hampton. Dana Ward, Evan Harris, Stella Hill. Oh, Brooke. Brooke Scott, Juliet Watson, Victoria Chase, Nathan Brascott, natürlich Taylor Christensen und Rachel Amber. Wir kennen, glaube ich, alle, oder? Fast alle. Ich werde dich eigentlich an dieser Tage nutzen, um zu tun, um mein Zuhause zu machen. Ja, ja. Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was, Sergio22. Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten, DadFan. Weiß nicht, aber ich like das Thema mal rein. Okay, Leute, hier ist der Knüller. Es ist eine Privatparty. Nicht wie, ihr seid nicht eingeladen, sondern eher wie, ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ich weiß, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind. Also kommt auf eigene Gefahr. Lasst die... Lasst... Eigene Gefahr oder lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Ne, lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Was zur Hölle? Kommst du, Slash. Ähm, schon mal von der Mühle gehört? Danke. Okay, scheiße, wenn du gehst, guck ich... Guck niemandem in die Augen. Wenn du ihnen in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du wegguckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf mein Rad hören, Ren. Haha, sieh meine Augen. Meine Augen sind außerirdisch. Toller Film, Doktor. Was zur Hölle? Wovon redest du, Firewalk Forever? Besandter des Grauens, aber das Original. Verstehe. Was ist die Mühle? Wie niedlich. Verstehe mit Braskets und die Illuminati. Nächstes Thema, Spenden für die Erdbebenopfer in Haid. Ja, Braskets und Illuminati sind sich sehr nahe, finde ich. Warte, was? Wer? Welche Fotos? Victoria Chase kommentierte auf eine Fotos, die du in den Tag gelegt hast. Ich habe Gefühle über das Thema. Die meisten von ihnen sind nicht gute Gefühle. Oh, je. Firewalk Night. Du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinem Arm? Deborah irgendwas. Deborah Borgen, glaube ich. So ein Spaß. Küsschen. Klemmer, du hast es drauf. Wer ist Deborah Borgen? Die hat ein Foto mit Rachel. Krache, du bist so umwerfend. Ich hasse dich. Ach, Rage. Ah, ich hasse dich. Und wer ist Armand? Alter, das ist Chloe Bryce. Taylor, war Rachel nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist. Burn. Oh nein, das war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht. Eine äußerst intelligente Unterhaltung. Ja, ja. Ich bin so stolz von mir, dass du das stupide Science-Fair gewinnen hast. Exploding of Sharks? Wirklich? Bask, ihr Immortals, in the Light of the Glowy Bear. Mr. Hy-Fi. Ich träumte, dass ich ein Unicorn als Kind schreibe, aber dann alle Unicorns sterben. Tragische Geschichte. Dann mach deine eigenen Einhörner. Nicht mehr Unicorns, nicht mehr Prinzessinnen und nicht mehr fucking Räume. Da ist Graffiti. Wörter von Wisdom, nicht mehr verhielten mich jetzt. Es sind beides dumme Sprüche. Es sind beides so Lebensweiseheiten. Bitte nicht. Bitte mach deine eigenen Lebensweise raus. Du trinkst nicht. Es ist okay. Es ist okay. Fun fact. Sharkbabies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Max begann this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. It's awesome as some of those shows with Elliot were. They were nothing compared to Firewalk last night. Saved all of these. You have to delete that photo of me dancing. Only you could get me to loosen up like that. Happy two month anniversary, Elliot. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. I hate you a lot. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Nice one, Chloe. Mom's gonna love the new look. Ach was. I bet long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Hm. How do I want to express my teenage angst today? Was passiert denn, wenn ich mich nicht umziehe? Fällt mir grad so auf. Kann ich jetzt auswählen, welche sich anziehe? Ah. Einfach nur weil. Einfach nur weil. Und es stinkt überhaupt nicht mit Sicherheit. Nein. Ja, das behalten wir. Pop. Pop. Ich kann nicht ohne meine Vitamins verlassen. Hm. Ja, ja. So, mach mal den Wecker aus. Ich würde gerne denken, dass mein Humor mit der Ängste verbessert hat. Warum kannst du nicht mehr positiv sein? Was können wir da verbessern? Was tun wir denn? Better living through chemistry. Ach, Mann. Erstmal. Was ist Mario Hanna eingetragen? Oh, jetzt muss ich mir hier die ganze Zeit merken, was denn das nächste Thema ist. Davids Schrott und Gefängniswand. Okay. Die Bonus-Outfits. Jetzt ein extra Menü mit mehr Auswahl. Ich weiß gar nicht, welche. Da, Bonus-Outfits. Illuminati. Punk Do. Hot Dog. Da fahre ich ein bisschen an. Wir klicken einfach mal durch. Weil es der Chat gerade vorgeschlagen hat. Ja. Ich mag das mit dem Hot Dog. Nein, ich wollte nicht fertig. Ich wollte... Nein. Nein. Kann ich den Wecker wieder einschalten? Danke. Nee, ich will jetzt noch weiter Outfits ausprobieren. Die restlichen zwei Bonus-Outfits. Das Outfit ist auch echt cool. Umziehen. Ich finde übrigens bisher immer noch den Rahmen und den Schmetterling am coolsten von den Outfits. Aber... Ja. Entschuldigung. Gassi tot. Ja, Gassi tot. Musst du kurz wegen dem T-Shirt sterben. So. Aber aus Prinzip ziehen wir das da an. Damit jeder weiß, dass wir gestern da waren. Was ja so schon jeder weiß. Willst du nicht nochmal? Okay. Moms Phone ist wahrscheinlich in der Runde. Ich kann es nutzen, um mich zu kenne, und dann herausfinden, wo ich es in der Hölle gelegt habe. Die liebte Taule von Captain Bluebeard. Scourge von Arcadia Bay. Oh, irgendwie traurig, dass sie die ganze Zeit, also diese Anspielung, die sie jetzt die ganze Zeit in ihren Gedanken macht, wird sie ja nicht in echt die ganze Zeit machen, weil das Max weg ist, ist ja schon eine Weile her. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass sie die ganze Zeit noch Max' Anspielung macht, wenn sie sich die Dinge anguckt. Weil wenn ich... Ja, das ist... Nee. Ich bin übrigens hauptsächlich hier, weil ich gehofft habe, dass sie sich vielleicht den scheiß Fleck überschminken könnte. Aber ich nehme mal an, sie kann es nicht. Okay, Arcadia Bay. Home, sweet home. Whoever said, you can't go home again, was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Aw. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her engagement ring? Noch mehr, aww. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. I hate that she hides all our old pictures of Dad. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Das T-Shirt ist voll knuffig. Ich will auch so ein T-Shirt. Will mir jemand so ein T-Shirt schenken? Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, du hättest im Nachtschrank deiner Eltern oder deiner Mutter viel schlimmere Sachen finden können als Kondome. I want Mom to be happy, but not like this. Not like this. A love after loss. Liebe nach dem Verlust. Eine Anleitung, sich selbst zu vergeben und in die Zukunft zu blicken. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Wir werden das doch mit Sicherheit in irgendeinem Gespräch benutzen, oder? Es ist weird, dass Mom immer diese alten Katalogen schützt. Es ist nicht so, dass wir keine Geld haben. Anrufen. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ach man. Was zu wenig, ja. Eine neue Nachricht. Chloe, bist du zur Sperrstunde zu Hause? Das wird konsequent. Ach, verdammt. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Ich glaub, Elliot macht sich ein bisschen Sorgen. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, yeah. Okay. I think I saw Mom's purse in her room. Mm-hmm. Ich will mich eigentlich voll gerne nochmal umschauen. Können wir hier in einen? Da räumen wir mal rein? Nein. Unser Zimmer können wir auch nicht mehr. Ja, dann gibt's nicht mehr so viel. Ich würd mich immer noch gerne schminken, aber... Hm. Chloe, komm hier jetzt! Also, in echt würde ich mich gerne schminken, nicht in game. Komm, Mom! Oh, yeah. Okay. Finally, you can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. Pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Ach, Mann. Aber ist das nicht irgendwie immer nur einen Freund, anfangs... Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Jobmesser. Echte Arbeitgeber wollen sie treffen. Rathaus Academy Bay. Für ihren Lebenslauf. Karriereberatung. Any letter from Blackwell is never good. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for principal wells to get on my case. Bitte beweisen ihr Betragkonto. So amig 30 teuren aus dieser Benachrichtung. Danke. Captain Chloe Blaubart, Geisel von Arcadia und ihr erster Offizier Long Max Silver. Ja. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. Oh. I would have gotten this bad boy in my room. Family pick used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. hard to believe I was in eighth grade science athlete. Hard to believe I was in eighth grade science athlete. Did I peak in middle school? Oh, die Schaukel. Da hinten steht gar nicht das Brett. Huh. It's my job to water these plants, but it was dad's job to remind me. So. Nobody's fault, really. We are already supporting one. Thanks. Unterstützt unsere Veteranen. Nein. Oh, der Chat gerade. Family pick, wie ist er? Hing da ein Schwein? Ach, man. Oh, no. Max and I spelled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Made that for Mom in an art class when I was like five. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Uh-huh. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? US Army. This will defend. Und das hier werden wir verteidigen. Oh. Okay, der Hafen macht zu. Ähm, Feuerwehr, also, Waldbrand. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Uh-huh. Whew. Feeling trapped? No. Right there with you. Little dude's like, what the hell just happened? Darf ich hier raus? Nein. Wie der das Ding schüttelt, ey. Ja. Ja. No. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? Pothroast? Mom hates Pothroast. Na, super. Ah, das verändert sich. It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Ich erinnere mich, mit dem alles verändert sich, muss ich gerade wirklich um meine Eltern denken. Also, sie haben sich auch getrennt. Und ich bin bei meinem Vater geblieben. Und danach war es eine Zeit lang so so richtig Männerhaushalt. Und zusammen eingekauft. Und der Kühlschrank war voll mit Fleisch und Fleisch und noch mehr Fleisch, so in etwa. Also, Frikadellen und Schnitzel und Leberkäs und lauter so was. Ja. Und irgendwann kam dann Joghurt dazu. Während gerade die jetzige Freundin von meinem Vater angefangen hat, bei uns zu arbeiten. Im Büro. Da kam dann auf einmal Pudding dazu und sowas. Bzw. Joghurt. Und das hat mich alles ein bisschen verwundert. Okay. So, 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 so. Nach und nach verändert sich alles. Wundervoll. Ich kann sie mal aufhören, die ganze Zeit rumzumeckern. Ich weiß, du bist voll nett, Joyce. Sei nicht böse. Ach. Chloe, was hat dich getan? Es ist kein Problem. Ich habe eine Schmerzen. Ich habe eine Schmerzen. Wenn ich eine Texte, Chloe, wie vorhin, ich brauche dich, zu antworten. Du kannst nur sagen, Text. Du kannst nicht sagen, Message. Und ich brauche dich, zur Antwort. Ich brauche dich, ohne die Snart. Fangen wir einfach mit den normalen Dingen an. Mhm. Insofern muss ich sagen, ich auch. Also, dass sie nicht so Scherze macht. Drogenböse. Was ist das? Ja. Ich dachte, du liefst Pothroast. Du kannst du ein No Thank You helfen. Nein, du lief Pothroast. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und David mag es. Und nicht sagen, du sagst nicht. So, das ist was wir jetzt machen? Whatever deine Freundin mag? Ja. Ja. I'll just... grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, what are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Firewalk? Is that the band you mentioned last week? I'm still bummed you wouldn't let me go. Mhm. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But, Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Hmm. Maybe I just need to be left alone. Yeah. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Sind wir immer nicht so aggressiv. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice. You will be respectful. And you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying. I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? What? Verständnis zeigen oder wahre Gefühle ausdrücken? Also, ich habe tierische Angst davor, bei wahre Gefühle sie jetzt voll fertig zu machen. Aber das wird darauf hinauslaufen. Aber Verständnis zeigen... Ja, klar, es ist für sie auch beschissen. Aber... Sie sucht halt in dem Fall nicht nur einen Partner für sich, sondern auch für... Eine Anführungszeichen, Dad für Chloe. Und das ist halt einfach, dass sie auch... Da! Ah! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nobody could have replaced your father. Ich habe das best I could. Mom. Ich weiß nicht, wo ich dich verloren habe. Du hast mich nicht verloren. Genau. David ist wunderschön. Er braucht die keys. Sie sind in dem Ashtray, du hast mir gemacht. Geh sein jetzt. Bringing David his keys... ... ist das größte Verständnis... ... 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 ich kann nicht mehr darüber reden. Geh euch David seine keys. Ja, man... Ich würde immer wünschen, dass ich Mom Geld verdienen. Wenn ich kein Geld hätte, die ich zu verdienen. Wir könnten ja Geld geben, wenn wir nicht gerade... ... nnnnn... Fuck ey Kann ich irgendwie gießen Blumen gießen Wein Keine Ahnung Ich würde gerne Hier raus Weil mich interessiert was da drinnen ist In dem Raum Hey bist du Chloe? Steph Cringer hier Hey Ich hab deine DVD Ich kann sie dir vor der Schule geben Danke Okay Okay Davids Schrott Gefängniswand What a piece of crap The car too Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us No mom I swear he beat himself to death with a tire iron Repeatedly Chloe Is that a black eye? No Insubordination No wonder your mother's worried about you Oh That's sweet When I was your age I got into my share of scraps But It's not responsible You owe it to your mother to do better Tell me again what I owe my mother dirtbag Electro insulator is probably cracked You know what a spark plug does? Yes It ignites the part Did you not hear me? I said I know what it does Then go grab my socket wrench set from the garage And we can get moving What is this? Quality time? Ugh Mom should date literally anyone else I have already been able to date literally anyone else Where is the socket wrench set again? I will just not have to go grab my phone All I see in the garage is family stuff You know Not your stuff Dick around on your own time It's in the toolbox In the garage Won't be late to school on my watch Tiniest penis in all of Arcadia Bay What's David doing? Leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Ich finde es voll traurig hier zu sein Verdammt Sag ich ja Ja Dad's old camera Do they even make film for these anymore? Uh oh Mom's been cleaning again This was the photo mom took down from the living room Guess we don't have room for it And David's mustache David's lawnmower Maybe mom and I like our lawn the way it is Ever think of that? Da ist das Bild Sie hasst ihn halt Zu einem Teil echt aus Prinzip Und Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car So you can drive it off a cliff Asking for a friend Dad's toolbox He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted By toolbox did David mean this Or did he mean himself Oh Those are my fees Should fill this with gasoline Just in case Davids car ever catches on fire Kann ich irgendwas an seinem Auto machen? You deaf or just lazy? You said you needed your socket wrench That's the 5 8th inch I need the 13 6th inch 16th inch extension Aha Which is in the set Which is in the garage Like I said Unbelievable Whatever Kannst du bitte den Schlüssel nehmen und einfach Dum 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 Okay, dann lieber nicht Ich liebe sie Ach manno Ach graffiti If it's in my garage It gets my special treatment What message does David really need to hear? Das eine wird dick in the box Sagst du das andere wird Ja Wir machen einen drinnen Achem Shooter Lord Das ist voll assi Aber Ich mag es assi zu sein Gefängniswand Ach Hey David Hier Bitte schön Oh die Fritzung See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits No shit You know You could actually be good at this If you lost the attitude My attitude is what makes me special David Alright Ich glaub sie sind beide einfach so Ja Ich weiß nicht No No What the f- How you do anything is how you do everything Now I need a shower Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox We've already got one, but thanks But thanks Hehehe Oh money Ready to roll Ready to roll Please don't want to talk Please don't want to talk I wanna talk to you about something Fuck Fuck We don't have to like each other But you will respect me You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure So there's some things I want to be real clear about Ich probiere erstmal ignorieren und durchhalten Ich nehme aber an, es wird häufiger kommen, diese Auswahlmöglichkeit Wir probieren es aber Mhm Mhm Joyce Your mother She's hurting Chloe Hurting for you You've had it rough No doubt about it But all this Staying out late Ignoring her command Drinking Drug use It's making everything harder For her You need to shape up Get your act together And put someone else first for a damn change Am I making myself clear Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me Ich will nichts sagen Ja, er hat mit einigen Dingen recht, aber er ist trotzdem ein Arschloch Und ich will mich nicht mit ihm unterhalten Also Sowohl als Chloe als auch als reale Person Will ich mich nicht mit ihm unterhalten You don't know how lucky you are to have a mother like Joyce She's an amazing woman Coddles you It's true But it's only because she loves you Problem is You don't learn discipline that way Give me one chance to show her how things could be And you'll be singing a different tune Mark my words Whew Country Music Dad loved this song In welcher Zeit sind wir jetzt? I just called to tell you that I'm missing my friend Burn in the midnight hole again What a beautiful day Okay I know what a spark plug does Jerkwad This This isn't right Okay, der Traum ist wirklich sehr merkwürdig Weil vorne sitzt unser Dad Hier passiert irgendwas äußerst komisches Hier passiert irgendwas äußerst komisches No Nein I know grapes No None O No 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 – No 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 Danke. Hello, black hell. Time out. Ich will eine Pause machen. Spiel, bitte. Oh, es sieht echt, es sieht echt noch hübscher aus als das erste Spiel. Hey, es ist Elliot. Vielleicht. Die passen nicht zusammen. Die passen so gar nicht zusammen. Drücke und halte, um dein derzeitiges Ziel zu überprüfen. Ja, ist klar. Wir schauen uns hier gleich mal um. Oh shit, ich habe immer noch so Gänsehaut. Aber erstmal mache ich eine kurze Pause. Beziehungsweise Folgenende für YouTube. Oh Gott. есс macht. Whew. Uuuuuh